Das Land, auf dem wir leben, war früher einmal ein Wald. Aber unser Dorf wächst und unsere Kinder brauchen Platz zum Wohnen. Also mussten wir den Wald roden, um Häuser zu bauen. Ich habe insgesamt 25 Kinder, Enkel und Urenkel, die alle hier leben. Sie alle müssen essen, darum benötigen wir sehr viel Feuerholz zum Kochen. Da wir aber immer mehr Bäume fällen müssen, bleibt kaum noch Wald übrig. Es ist nicht mehr wie früher, als er noch groß und grün war. Ohne Wald gibt es auch kein Feuerholz zum Kochen und es gibt keinen Regen mehr. Doch ohne Regen wachsen die Pflanzen nicht. Was sollen wir dann essen? Das Hauptanliegen von Ades ist der Umweltschutz. Allerdings beinhaltet Umwelt natürlich viele verschiedene Aspekte. Wir fokussieren uns dabei vor allem auf den Schutz der Wälder. Es reicht nicht, wenn man einfach nur sagt, zerstört nicht die Umwelt und dann im Gegenzug aber keine Lösung oder Alternative aufzeigt. Doch wir haben ja eine Lösung. Ades Energiesparkocher. Sie leisten einen wertvollen Beitrag, um die Abholzung zu vermindern, indem sie den Verbrauch von Holz und Holzkohle verringern. Die Energiesparkocher von Ades, egal ob mit Kohle oder Holz betrieben, reduzieren den Energieverbrauch um 50 bis 80 Prozent, je nachdem wie sie benutzt werden. Die Herstellung unserer Ades-Kocher beginnt in den Reisfeldern, denn dieser Boden bildet die Grundlage unserer Kocher. Es ist der Lehm, der sie so energieeffizient macht. Wir entnehmen den Lehm aus den Reisfeldern und verarbeiten ihn dann zunächst mit verschiedenen Maschinen. Daraus brennen wir dann die Grundform. Und ummanteln sie mit einem Metallkessel. Danach können wir sie an die madagassische Bevölkerung verteilen. Wir sparen Geld für die Schulgebühren und Materialien für unsere Kinder. Außerdem wirken sich die Kocher positiv auf unsere Gesundheit aus. Wir atmen jetzt deutlich weniger Rauch ein. Und das Essen schmeckt sogar noch besser. In erster Linie sind wir hier zuständig für den Austausch mit der Bevölkerung, also die Menschen dafür zu sensibilisieren, wie sie die Solar- und Energiesparkocher nutzen können. Zweitens verkaufen wir die unterschiedlichen Kocher auch. Außerdem investieren wir in Umweltbildung für Kinder. Wir bringen ihnen schon in einem jungen Alter bei, sorgsam und respektvoll mit der Umwelt umzugehen. Diese Einstellung geben sie dann im Idealfall an ihre Eltern und andere Menschen in ihrem Umfeld weiter, werden zu Vorbildern in der Gemeinde. Das ist es, was wir machen. Außerdem verfolgen wir, wie unsere Kocher nach dem Verkauf genutzt werden. Unsere Aufgabe ist es, im Auftrag von ADES den Rückgang der CO2-Emissionen zu messen. Warum wir das machen? Weil wir den Nachweis erbringen wollen, dass durch die ADES-Kocher die CO2-Ausstöße auch wirklich geringer werden. Darüber hinaus betreiben wir Wiederaufforstung, sowohl direkt als auch indirekt. Ein Teil des Umsatzes aus den Kocherverkäufen wird genutzt, um das Pflanzen von neuen Bäumen durch unsere Partner zu finanzieren. Mit jedem verkauften ADES-Kocher können zwei Setzlinge drei Jahre lang gepflegt werden. Das bedeutet, dass jeder madagassische Haushalt, der unseren Energiesparkocher nutzt, aktiv zur Aufforstung beiträgt. Wenn der Wald bleibt, dann regnet es auch weiterhin und die Bäume können wieder wachsen. Heutzutage brauchen wir bei weitem nicht mehr so viel Holz, weil wir jetzt die neuen Kocher haben. Also ist unser Bedarf an Feuerholz aus dem Wald deutlich weniger geworden. Ja, wenn ich die letzten 23 Jahre für mich zurück schaue, dann macht mich das schon ganz glücklich. Und zwar, dass wir haben starten unter einem Partyzelt mit etwa drei Mitarbeitenden, heute über 200. Und insgesamt haben wir über 500 Arbeitsplätze können arbeiten. Wir haben damals einmal etwa 5'000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen können. Heute sind wir bei 400'000 Tonnen im Jahr. Und dass auch die ursprünglichen Werte, dass wir eine ADES-Familie sind, dass die eigentlich bis heute, obwohl wir eine ganz grosse Organisation sind, immer noch eine zentrale Bedeutung haben. Dass die Mitarbeiter sehr gerne bei der ADES arbeiten. Das macht mich besonders glücklich. Das macht mich besonders glücklich.